Hola Ombres! Memo Gamma Fall! Les me hables espanol nicht seguto como es Das! So, jetzt kommt zu einer neuen Runde Chimulia One On Ones Äh, ich hab gerade schon mal versucht aufzunehmen Ungefähr achtmal Bad Wars Wow, Digga, sei stolz auf dich Musik Ooooooh, Alter, ich bin raus Musik Alter Verwalter Aua! Digga, ich weiß nicht, ob die es nicht kapieren, aber dieser Bogen macht keinen Schaden Das macht Schaden, wenn du so unfähig bist wie ich Wo Spam His Life Wieso machen wir das eigentlich, Losers Interesse? So, also ich muss mich zuallererst einmal ganz kurz bei Leti für den Gast Upload gestern bedanken So, und dann muss ich mich noch bei Kompetenzmitte bedanken, weil der hat es geschafft, dass sich Basti G.A.G. meine Anmoderation anschaut Der hat irgendwie einen Haufen Geld gespendet und dann hat er das gemacht So, was ich mich einfach mal wirklich krass bei dem für bedanken Äh, Basti fand die nicht mal scheiße, die Anmoderation Also ist nicht mal Känzer, glaube ich So, das wird jetzt dann auch der letzte Fight Also ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte Ich hatte gestern einfach keine Zeit, ein Video zu machen, weil ich habe ein sogenanntes Real Life Das glauben mir manche Leute manchmal auch nicht Ähm Aber ja, ich habe tatsächlich ein sogenanntes Real Life Du spammst mich mit dem Bogen, der keinen Schaden macht Der ist Glückwunsch legendisch So, also wie gesagt, ähm, auch wegen Abospecial kann ich nochmal ganz kurz sagen Ähm, wenn wir 50 bis zum nächsten Donnerstag oder Freitag schaffen Dann gibt es ein etwas größeres Special Und... So, das müsste dann aber wirklich bis dahin sein Ähm, ja Ich würde mal sagen, das war's dann heute auch schon wieder von dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, würde ich mich mega bei den Kommentaren und ein Abo freuen Ähm, ihr könnt die gerne die Glocke anmachen Dann bekommt ihr es mit, wenn ich live streamen, dann mache ich fast daily Dann würde ich mal sagen, bis dahin Ciao